Herr Abgeordneter Daniela Kluckert, FDP, zum Bereich einheitliche Regelung zur Teilnahme von Elektro-Kleinstfahrzeugen am Straßenverkehr. Sehr geehrter Herr Präsident, ich gebe darauf folgende Antwort. Zusätzlich zur Elektro-Kleinstfahrzeuge-Verordnung für Elektro-Kleinstfahrzeuge mit Längsstange wird derzeit im Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur mit Blick auf die Mikromobilität eine Ausnahmeregelung erarbeitet, damit zukünftig auch Elektro-Kleinstfahrzeuge ohne Längsstange im öffentlichen Straßenverkehr genutzt werden können. Zusatzfrage? Vielen Dank, Herr Präsident. Herr Staatssekretär, ist damit gesichert, dass mit Ihrer Verordnung, die Sie jetzt gerade im Entwurfstadium haben, auch sogenannte Hooverboards tatsächlich auf deutschen Straßen zugelassen werden? Also, es gibt große Sicherheitsbedenken überhaupt mit diesen Elektro-Kleinstfahrzeugen im Straßenverkehr. Es ist eine Schwierigkeit, die Frage zu beantworten, wie wir das genau dann letztlich konfigurieren. Wo sollen diese Fahrzeuge fahren? Macht man einen Versicherungsschutz oder nicht? Und auch die Frage, wie soll die Konstellation der Fahrzeuge sein? Ich hoffe, dass wir es demnächst hinbekommen, diese Verordnung herauszugeben. Ich glaube, dass sich die Mobilität, vor allem in den Großstädten in Deutschland, massiv verändern wird. Und da soll auch diese Betriebsform, die Sie ansprechen, von umfasst sein. Inwiefern das nachher gelingt, wird man sehen, wenn wir die Verordnung im Endeffekt vorliegen haben. Machen Sie das Mikro an. Das hoffe ich natürlich auch sehr, weil in unseren Partnerländern um uns herum, in ganz Europa, sind diese Sachen schon zugelassen. Nur Deutschland tut sich da sehr, sehr schwer. Ein Bestandteil dieser Verordnung ist derzeit, dass Schilder ausgewiesen werden sollen, wo diese Kleinstfahrzeuge dann fahren sollen. Ich frage deswegen das Verkehrsministerium, wie hoch beziffert denn das Verkehrsministerium die Kosten, die dafür Kommunen auf sie zukommen, wenn wir derartige Schilder einführen? Bei einer solchen Kostenermittlung sind wir noch, wenn wir denn solche Schilder einführen. Das ist eine Frage, die man in der Tat debattieren muss. Auch wir neben den vielen Schildern, die wir eh schon haben, noch weitere Schilder brauchen. Aber die Frage ist, wo soll man diese Fahrzeuge grundsätzlich zulassen? Ich habe durch eine Augenscheinnahme in Städten, in denen die Zulassung dieser Elektro-Kleinstfahrzeuge schon erlaubt ist, gesehen, welche hohen Unfallrisiken teilweise die häufig sehr jugendlichen Fahrer mit diesen doch sehr schnellen Geräten eingehen. Und das muss man sich gut überlegen, ob die auf der Straße fahren, ob die in Konkurrenz zu den Radfahrern auf die Radwege sollen oder ob die gegebenenfalls auch Gehsteige in Anspruch nehmen sollen, wo sie dann in Korrelation mit den Fußgängern kommen. Also trivial ist diese Frage nicht. Und deswegen beschäftigt uns das auch. Das merken Sie an meiner Antwort. Ich bin auch für freie Fahrt, für freie Bürger. Aber hier kann es auch zu erheblichen Gefährdungen nicht nur der Person des Fahrers selbst, sondern auch anderer Personen kommen. Und deswegen müssen wir das sehr sorgsam abwägen. Und da können Sie sich wie üblich darauf verlassen, dass wir das als Ressort vorlegen. Und wenn wir uns für Schilder entscheiden, dann können wir noch ziemlich genau beziffern, was als Kostenbelastung dann gegebenenfalls auf die Kommunen zukommt. Vielen Dank. Weitere Frage von Dr. Christian Jung, FDP. Ja, Herr Staatssekretär, was überhaupt nicht verständlich ist, dass Sie die E-Scooter nicht aus der Gesamtverordnung rausgenommen haben. Die hätte man längst zulassen können. Und deswegen mal die ganz konkrete Frage. Wann werden jetzt die E-Scooter, also die elektrischen Drehtroller zugelassen? Es gibt schon Hersteller, die bekannt gegeben haben, gestern, dass Ende Februar die Zulassung auch mit Plakette möglich sei. Wir wissen als Abgeordnete davon nichts. Wissen Sie vielleicht mehr? Das Kraftfahrtbundesamt kann schon bereits Erlaubnisse und Genehmigungen erteilen. Allerdings müssen wir für die Inverkehrnahme die Verordnung abwarten, über die wir vorhin gerade gesprochen haben. Unser Ziel ist es, zum Frühjahr die zuzulassen, die Gerätschaften, weil es sind Freiluftgeräte. Und da bietet es sich an, dass wir zum Frühjahr auch zur Zulassung kommen. Die Frage verstehe ich nicht. Wenn bei Ihnen November, Dezember zum Frühjahr kommt, weiß ich nicht, über welche Jahreszeiten Sie philosophieren. Also ich habe gesagt, Frühjahr, da bleibt es beim Frühjahr. Das Frühjahr ist definiert. Das Frühjahr ist definiert. Das Frühjahr ist definiert. Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Scooter-Helden, Enthusiasten, Elektro-Enthusiasten vor allem auch da draußen im Jahr 2019. Wir haben ja schon im letzten Jahr darüber berichtet, wie es eigentlich um das Thema Zulassung von kompakten und Elektro-Kleinstfahrzeugen steht. Und um das Ganze nochmal wieder ein bisschen aufzufrischen, habe ich und der Danilo uns heute zwei Gäste eingeladen. Das ist einmal die Frau Daniela Kückert von der FDP. Herzlich willkommen erst mal. Ja, guten Tag. Können Sie ganz kurz erklären, was ist Ihre Aufgabe? Warum sind Sie heute hier? Wie können Sie uns glücklich machen? Ja, Daniela Kückert, ich bin Berliner FDP-Abgeordnete. Also das ist sozusagen auch meine Wirkungsstätte Berlin. Ich bin im Verkehrsausschuss und da stellvertretende Ausschussvorsitzende. Und ich sage immer, ich bin für die ganzen coolen Themen zuständig. Ja, deswegen sind Sie auch dem coolsten noch in der Stadt. Also das ganze städtische Mobilität und umgewehrt, das sind meine Themen. Und deswegen bin ich hier und freue mich sehr. Sehr schön. Als weiteren Gast haben wir den Dr. Christian. Ich freue mich, dass du da bist. Du warst ja schon mal 2018 bei uns. Wir hatten die Freude, dass wir zusammen Roller fahren durften. Jetzt hat es dich wieder hergetrieben. Was ist der Grund? Erzähl doch mal ganz kurz. Du hast Neuigkeiten für uns, habe ich erfahren. Ja gut, wir sind ja, seitdem wir Marcel uns kennengelernt haben, eigentlich pausenlos in Kontakt, weil durch eure Reichweite insgesamt, ich auch unglaublich mit vielen Leuten aus der ganzen Community Kontakt habe. Und wir wollen halt heute mit euch darüber sprechen, wie es jetzt weitergeht mit den Elektro-Kleinsfahrzeugen, weil wir ja schon seit langer Zeit fordern, dass die jetzt endlich zugelassen werden und dass man dann auch einige Produkte, die man hier kaufen kann, auch endlich mal legal benutzen darf. Ist ja ein großes Problem in den letzten Jahren gewesen, dass ihr euch mit vielen Fahrzeugen und Fahrzeugklassen vor allem auch nicht legal draußen bewegen durftet in dem Fall, ne, Danilo? Ja, auf jeden Fall. Also wir haben ja ein ganz breites Portfolio und haben immer viele Fragen. Und das geht ja auch schon, wann hatten wir die Anfrage damals gehabt, 2015, glaube ich, aus Kraftfahrzeugbundesamt. Also es geht ja schon seit geschlagenen vier Jahren so und in anderen EU-Ländern deutlich schneller. Und darum ist natürlich die Frage, wann die Kunden nun endlich dann mal drauf zurückgreifen können. Offiziell fahren dürfen vor allem auch. Es gibt ja eine Verordnung, diese Verordnung ist ja im letzten Jahr rausgekommen, die haben wir auch schon auseinandergenommen, ja, weil da sehr viel Zeug drinsteht, was überhaupt keinen Sinn macht. Die Blinkanlage ist eigentlich mein liebstes Spielzeug, was ich da nehme, im Endeffekt, ja. Ja, gibt es jetzt Neuigkeiten. Viele von euch da draußen haben uns natürlich auch Fragen gestellt. Und deswegen sind die Frau Kluckert und der Dr. Jung heute hier, um vielleicht so ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen, ja. Wie sieht es denn da aus? Ihr wart ja gestern unterwegs und habt so ein paar interne Infos für uns mitgebracht. Ist mir jetzt gleich zum Lachen oder zum Beinen? Also wir haben im Bundestag, gibt es immer mittwochs, eine Fragestunde an die Bundesregierung. Und wir sind ja Oppositionspolitiker und wir stellen da immer ganz eifrig Fragen. Und wir haben gestern die Regierung, wie man so schön sagt, auch gegrillt in Vorbereitung auf unseren Termin heute. Und alle offenen Fragen da auch mal angesprochen. Das kann man auch auf unserer Facebook-Seite, auch bei YouTube auch schon angucken. Ihr habt das, glaube ich, auch vorhin verlinkt. Ich habe es geteilt, genau. Ich meine, das ist jetzt im Bundestag, das ist jetzt ein bisschen förmlich, nicht so locker wie hier, aber da haben wir den zuständigen Staatssekretär Ferlemann von der CDU nochmal gefragt, weil wir halt genau wissen wollen jetzt, wann jetzt die Zulassung erfolgen kann. Und uns interessiert natürlich auch, ihr habt ja schon Informationen auch herausgegeben, zum Beispiel über diesen E-Scooter von BMW, wo ja der Hersteller jetzt gesagt hat, was uns auch ein bisschen neu war, dass die Zulassung Ende Februar möglich ist. Also offiziell wissen wir das nicht. Die Bundesregierung hat auch gestern nochmal gesagt, sie wollen die Gesamtzulassung in diesem Frühjahr ermöglichen. Und ich habe natürlich dann auch gefragt, weil ich habe ja auch schon schlechte Erfahrungen gemacht, weil ich habe ja eigentlich gehofft, dass im letzten Oktober die Zulassung auch für die E-Scooter erfolgt. Ich habe dann gefragt, was verstehen Sie eigentlich unter Frühjahr? Ist es jetzt März, April, Ostern oder ist es November, Dezember? Was ist für Sie Frühjahr? Und das hat er auch gar nicht lustig gefunden. Der gemeint, Frühjahr ist Frühjahr für mich. Und ich habe das aber deswegen gefragt, weil wir müssen auch immer wieder auch die Regierung, sagen wir mal, auch ein bisschen liebevoll zwingen, dass sie auch mal sagen, was Sache ist. Weil ich verstehe zum Beispiel überhaupt nicht mehr nach der Diskussion der letzten Jahre, warum man das Thema nicht schon längst geklärt hat. Und warum man auch die E-Scooter nicht getrennt hat von den restlichen Elektro-Kleinstfahrzeugen. Da gibt es sicherlich einige Spezialsachen, die man auch regeln muss. Aber bei den E-Scootern bis 20 kmh, da gibt es eigentlich nicht mehr viel zu regeln. Und sagt ja auch die Versicherungswirtschaft, dass sie sich auch komplett vorbereitet hat. Also wenn die dann die Sachen zugelassen sind, können natürlich dann auch die Leute eine Plakette noch draufkleben, müssen sie wahrscheinlich auch. Und dann zeigt man also auch, wenn man dann zum Beispiel angehalten wird, dass man nicht illegal unterwegs ist, dass das Fahrzeug zugelassen ist und dass man auch Versicherungsschutz hat. Und das soll jetzt alles im Frühjahr, wie auch immer die Regierung definiert gemacht wird. Wäre ja für uns genau das wichtige Thema, weil wir ja auch mal gesagt haben, wenn wir diese Zulassung haben, wäre natürlich eine Bekennzeichnung sehr schlecht, weil wir dann einfach den öffentlichen Nahverkehr wenig nutzen können. Und das ist eigentlich das Ziel, was wir gerne möchten, dass wir die Innenstädte natürlich ein bisschen entschlacken, dass wir Fahrzeuge oder Kunden haben, die haben drei bis fünf Kilometer Fahrweg. Und die natürlich gerne auch öffentliche Verkehrsbetriebe nutzen wollen, was sie auch jetzt machen, aber noch nicht mit unbedingt einem legalen Gerät. Und dass es eigentlich so in die Richtung geht. Und andere EU-Länder machen uns das ja auch ein bisschen vor, dass das in die Möglichkeit geht. Also ist die Frage eigentlich schon beantwortet, wie schnell dürfen die Fahrzeuge zukünftig sein? 20 kmh? Oder gibt es noch die Chance auf 25 kmh? Wir haben sehr, sehr viele User-Anfragen da draußen erhalten, die gesagt haben, Mensch, warum macht ihr 20 kmh? Ihr stellt damit eine Behinderung auf Radwegen da. Jedes Pedelec, was im Endeffekt zulassungsfrei ist oder führerscheinfrei, fährt 25 kmh. Also bleiben wir bei 20 kmh? Oder gibt es schon eine Info, ob es vielleicht auch nach oben noch ein Stück mehr geht? Also ich bin mal gespannt, ob es überhaupt kommt, ehrlich gesagt. Warum? Also der Staatssekretär, den wir gestern gefragt haben, hat eigentlich so viele Fragezeichen aufgeworfen und von so vielen Risiken gesprochen, dass ich überhaupt nicht davon ausgehe, dass es überhaupt in der Gänze erlaubt wird. Und unser Vorschlag ist ja, dass man sagt, man braucht eigentlich drei Klassen. Also man muss eben unterscheiden zwischen den ganz kleinen Dingern, die so als Spielzeug sind, dann zwischen dem ist 25 kmh und dann eben drüber. Das ist dann auch das andere öffentliche Nahverkehr und so. Also im Regierungsentwurf steht ja 20 kmh, aber ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt tatsächlich dann am Ende so kommt. Oder ob wir eben entweder bis Weihnachten warten müssen oder darüber hinaus. Genau, es gibt eine Idee. Weil eben, ja, so die Idee, dass man tatsächlich mal was macht für die Umwelt und man schaut, dass man eben die letzte Meile dann auch gut überbrücken kann, mit solchen neuen Verkehrsmitteln überhaupt nicht gesehen wird, ist meine Meinung. Und da gibt es ja auch ganz andere Absurditäten. Schon alleine die Idee, dass man, das hatten wir auch gefragt, was kosten eigentlich die ganzen Schilder, die da aufgestellt werden sollen, ja. Und ist es dann so, am Ende des Tages, dass arme Kommunen, dass man da nicht E-Scooter fahren kann, weil sie keine sehr viele Schilder haben, ja. So ungefähr. Auch das ist ja überhaupt nicht im Klaren. Das sind noch sehr viele Fragezeichen. Und ja, wir tragen weiter. Also ich kann mich an so einen Brief vom Parlamentarischen Staatssekretär erinnern. Wir hatten mir den dazu geschrieben. Warst du das? Im letzten Jahr? Oder es war der Matthias Gastel von den Grünen? Also wir schieben. Nee, nee. Wir schieben. Also wir sind hier nicht bei den Grünen. Irgendwann rausschneiden. Nee, nee. Ihr könnt das ruhig drin lassen. Wir sind hier nicht bei den Grünen. Wenn wir euch was geben, sind es offizielle Sachen. Also um mal diesen kleinen Spaß uns zu erlauben, weil es ist ganz wichtig, dass wir eine Sache gemeinsam versuchen. Und deswegen habe ich auch gesagt 20. Ich wäre jetzt ja wirklich dankbar. Wenn die E-Scooter endlich zugelassen werden. Weil es gibt keinen Grund, die nicht zuzulassen. Und dass man die Fahrräder dann angleicht rechtlich. Dann kommt halt noch die Plakette drauf und der Versicherung, dass wenn man was passiert, dass man sofort nachweisen kann. Ich bin versichert bei der Versicherung XY. Und wenn jetzt was passiert, es wird immer mal was passieren im Straßenverkehr. Ja, es passiert ja auch was mit Fahrrädern. Genau. Und es ist auch, wenn man hier in Berlin schaut, passiert auch mit Fahrrädern was. Was das heißt, wenn jetzt was ist, dann muss man nicht mehr illegal unterwegs sein. Dann ist das alles geklärt. Und dann muss ich ganz offen sagen, dann will ich ja nicht so eine Zulassung so rasch wie möglich haben, dass wir auch jetzt endlich mal offizielle Erfahrungen mit dem Thema machen können. Und das ist ja das, was ihr auch immer gesagt habt, lieber jetzt 20 und Zulassung anstatt weiter über 25 oder 20 diskutieren, aber keine Zulassung. Ich weiß, es ist ein schwieriges Thema. Ich tendiere dazu jetzt zu sagen, okay, wir machen die Zulassung mit 20 und wir wissen doch alle, es ist technisch möglich. Wenn wir dann nach zwei, drei Jahren Evolutionszeit sagen, es hat sich bewährt, es ist doch technisch möglich dann aus 20 auf 25 zu machen. Aber Christian, wenn man diese Klassen nehmen würde, ja, dann könnte man das doch eigentlich viel, viel auch schneller anpassen, oder? Aber das ist natürlich richtig, bevor überhaupt nichts kommt, nehmen wir auch das. Aber lieber erstmal die E-Scooter zulassen, weil wir machen es ja auch lächerlich in ganz Europa, weil wir schaffen das wieder nicht als Deutsche. Und überall, wo du in Europa bist, siehst du die E-Scooter. Und man muss ja auch eine Sache mal sagen, wir sind jetzt ja als FDP zum Beispiel nicht gegen das Autofahren, ganz im Gegenteil. Aber wenn ich weiß, eine Strecke von A nach B, drei Kilometer oder vier Kilometer, dass ich mit dem E-Scooter vielleicht zehn Minuten brauche und mit dem Auto 40 Minuten hier in Berlin oder in einer anderen Stadt, dann fahre ich doch mit dem E-Scooter. Oder dann laufe ich vielleicht zur Not auch, ja, so. Das heißt aber, es muss einfach ein zusätzliches legales Angebot geben für die Mobilität. Und das muss natürlich geregelt sein, aber für die E-Scooter ist eigentlich alles geregelt, auch in den Entwürfen, die uns allen offiziell zugänglich sind. Sie haben nur den Fehler gemacht von der Bundesregierung, dass sie alles in ein Paket reinmachen wollten. Und deswegen habe ich ja auch vorgeschlagen, zusammen mit der Danjewa, wir nehmen das raus, die E-Scooter und lassen die zu. Man kann immer noch später eine Anpassung machen, wenn man alles dann irgendwie zulässt. Und das ist natürlich auch für die deutsche Zweiradindustrie oder auch die ganze Industrie, wo ihr auch dann eure Produkte hernehmt, ist das natürlich auch eine blöde Sache. Weil ich merke, wir haben ja zum Beispiel bei tollen Fahrrädern, haben wir in Deutschland einen riesigen Umsatz. Wir haben viele Arbeitsplätze, die auch davon leben, dass diese Produkte in die Welt dann exportiert werden. Ich komme aus Baden-Württemberg, dann treffe ich mich da auch nächste Woche wieder mit Herstellern. Und die sagen halt, wenn die Produkte in meinem Heimatmarkt gekauft werden, dann verkaufe ich auch zum europäischen oder weltweit Ausland viel mehr dieser Produkte. Und ich habe tolle Arbeitsplätze auch dann vor Ort gesichert. Und deswegen verstehen wir nicht, was die Bundesregierung macht, weil diese Fachfragen, E-Scooter sind längst geklärt. Natürlich bei anderen Elektro-Kleinesfahrzeugen, wie wir zum Beispiel an die Skateboards denken, da gibt es natürlich durchaus Fragen, die man aber ehrlich gesagt auch längst hätte klären können, weil wir haben doch schon tausendmal darüber diskutiert, auch in Fachkreisen. Ja, die Schwierigkeit ist aber auch, das sehen wir ja meistens auch, wir sind ja mit vielen Herstellern sehr stark bewandelt und sehr stark natürlich auch im Kontakt. Und wir haben natürlich in Deutschland relativ wenig Hersteller, auch selber derzeit ein Portfolio. BMW ist das beste Beispiel, hat seit letztem Jahr gekämpft, hat es nachher nicht durch das Kraftfahrzeugbundesamt geschafft und hat natürlich jetzt entschieden, in die Mofa-Klassifizierung zu gehen, weil es ja für den Hersteller auch finanziell ein Desaster ist, wenn man eben 14, 15 Monate versucht, es zuzulassen, kriegt es nicht hin. Man verkauft es in Österreich, man verkauft es in Frankreich, in Dänemark, auf dem eigenen Markt verkauft man es nicht, weil man es nicht zugelassen bekommt in der Form. Das ist natürlich ein Schlag ins Gesicht für BMW und hat jetzt Metzenhofer, auch Deutsche, die meisten chinesischen Anbieter, die wir auch haben, mit denen wir auch in Kontakt sind, die haben ja Zahlen im Verkauf, die sind ja jenseits von gut und böse. Die verkaufen sehr viel in alle möglichen Märkte und die werden natürlich auch ganz klar sagen, wenn Deutschland bestimmte Klassifizierungen vormacht, warum sollen wir das ändern? Wieso sollen wir, in 187 Ländern werden wir das Gerät oder wird das Produkt vermarktet und für den deutschen Markt sollen wir jetzt wieder eine andere Entscheidung treffen oder sollen wir vielleicht noch Modifikationen machen? Das kostet auch eine Menge Geld an Produktion und alles. Also das wird sich der Hersteller je nach Marktlage natürlich dreimal überlegen, in welche Richtung er nachher überhaupt tendiert. Wir sind ja beide dafür, dass das gemacht wird. Aber wir kennen ja unsere Bundesregierung. Auch bei anderen Themen, die mit moderner Mobilität zusammenhängen, die brauchen halt echt manchmal ein bisschen zu lange. Und natürlich, ich verstehe das schon, Versicherungsschutz, man muss sowas auch klären, man muss sowas auch ernst nehmen. Aber wir haben doch jetzt mehrere Jahre darüber diskutiert. Ihr seid ja viel länger da in dem Bereich auch tätig. Und für mich ist das eigentlich schon ein abgeschlossenes Thema, was man jetzt dann auch bei den E-Scootern hätte man das schon vor zwei, drei Monaten spätestens in Kraft setzen können. Zumindest vom Weihnachtsgeschäft. Ja, wo das jetzt mal dahingestellt sind, weil ich habe die Befürchtung, wie wir es bei vielen Sachen auch haben, auch wenn wir die Gesetzgebung haben, jetzt mit 20 kmh oder mit anderen Einschränkungen, wenn es erstmal vom Tisch ist. Wir sehen es ja in anderen Bereichen auch, wie lange es dauert, da nochmal heranzuknüpfen. Oder dass man da nicht gewillt ist, dann auch nochmal Veränderungen zu nehmen. Also ich war eigentlich recht positiv gestimmt, als man in Oktober, November gesagt hat, nein, man möchte nochmal rangehen, man möchte bestimmte Sachen, vielleicht die Blinker und solche Sachen jetzt streichen, weil es einfach Blödsinn ist. Ich brauche es beim Fahrrad auch nicht vorgeschrieben, beim Mofa haben wir es auch nicht vorgeschrieben. Vielleicht ist die Volumenanzeige zum Beispiel, ist ja verrückt, wenn man dann irgendwann auf so einem Ding steht ohne Lenker, dann muss man da bücken und gucken, wo ist jetzt mein Volumen. Das ist ja völlig praxisfremd. Das ist ja auch der Punkt, praxisfremd, das ist ja meistens immer das Thema. Dann wird sich auch Studien, sage ich jetzt mal, gestützt, die auch nochmal nicht sagen. Aber was passiert denn jetzt mit der Verordnung? Da wurde für richtig gelb unter 48 Seiten hingehämmert. Da hat jemand erklärt, wir fassen jetzt mal alles zusammen, wir kippen mal die letzten 50 Jahre und schreiben jetzt alles neu. Die Bundesregierung hat das Vorliegen, die wissen eigentlich, was zu tun ist, dass da ein paar Sachen nicht so koscher sind. Okay, die kann man dann ja rausnehmen. Warum kann man sich denn an dieser Verordnung nicht so ein Stück weit orientieren und das Ganze jetzt ein bisschen anschubsen, damit wir irgendwo auch teilwerden von diesem Thema? Also man muss jetzt fairerweise sagen, wir leben jetzt ja in einer Demokratie. Wir haben eine Regierung, die ist vom Bundestag gewählt worden, nicht von uns, sondern von anderen Parteien. Und die schafft es jetzt im Januar, vielleicht Februar nicht, das umzusetzen. Sie haben uns jetzt offiziell gestern, kann man ja auch in dem Video sehr gut nachsehen. Haben Sie gesagt, im Frühjahr. So im Frühjahr. Und jetzt bin ich vielleicht manchmal ein bisschen naiv, aber wenn mir so ein Staatssekretär in der Öffentlichkeit sagt, im Frühjahr, und ich frage da nochmal, könnte es nicht auch November, Dezember bei Ihnen heißen? Ich kenne Sie ja. Wenn der mir dann sagt, doch im Frühjahr, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass man das auch macht. Das heißt, es ist natürlich so, auch unsere Zuschauer, macht doch Druck auch. Schreibt doch auch dem Minister Scheuer. Der Minister Scheuer ist jemand, der macht sehr gerne Fernsehauftritte. Der hat auch einen eigenen YouTube-Kanal. Ja, ist überhaupt nicht. Oh, der ist überhaupt nicht. Ja, Herr Scheuer, wir kommen. Aber dann macht doch auch einfach selbst nochmal Druck. Ihr seht ja, deswegen durften wir ja auch wieder zu euch kommen, dass wir uns ja wirklich, obwohl wir nichts miteinander sonst zu tun haben, wirklich anstrengen, dass wir dieses Thema umsetzen, weil wir das einfach für wichtig erachten. Und jetzt schaut doch einfach, dass ihr auch zum Beispiel dem Andreas Scheuer, auch seinen Staatssekretärin, dass ihr dann auch mal sagt, was ist denn da eigentlich los? Ich habe zum Beispiel nach dem letzten YouTube-Video unzählige, hunderte von E-Mails bekommen. Ich weiß nicht, 90 Prozent waren positiv, die anderen nicht, aber das macht ja auch nichts. Auch manchmal ganz lustig, wenn man irgendwie mal beschimpft wird, aber... Nee, es gehört auch dazu. Es gehört auch zur Demokratie dazu. Wenn das humorvoll ist, ist das ja okay. Aber was ich damit sagen will, ist, macht doch auch dann so jemanden aufmerksam. Man kann auch da E-Mails auch hinschicken, man kann auch seine Meinung sagen. Ihr habt ja auch die Demo gemacht in Berlin. Wir waren Teil der Demo, also da nochmal herzlichen Dank an Electric Empire. Ich weiß, ihr plant schon die nächste Demo und der Christian ist auf jeden Fall dabei. Dann haben wir gleich mal eine Aufgabe im Neuen Jahr. Definitiv. Wie ihr auch, dass ihr dann gleich mal... Kommentare. Wir blenden das am besten noch ein. Und teilen, bis der Arzt kommt, wir machen das. Aber sag mal ganz kurz, was ich jetzt vorhin verstanden habe, es gab jetzt schon Versicherungen, die sich auf das Thema schon spezialisiert haben, um diese Fahrzeuge zukünftig zuzulassen und das Ganze mit einer Versicherungsplakette zu versehen. Das bedeutet also, im Umkehrschluss, es wird keine Kennzeichen geben. Oder wie muss ich mir das vorstellen? Also die Versicherungen haben das schon mal überprüft, wie man das machen kann. Es geht ja auch um so Anbieter, die das dann in Städten auch ausleihen, wo du dann mit deinem Smartphone, wie bei den Fahrrädern, so Sharing-Modelle und dann hast du eine App und dann zeigst du dir die App an, wo dann der E-Scooter ist. Hatten wir ja Lissabon auch, Moskau hatten wir das auch. Und da ist es halt so, da brauchst du halt, da musst du dann halt nachweisen auch als Ausleiher, dass der E-Scooter, den du gerade ausleihst, dass der versichert ist. Weil wenn du das jetzt ausleihst und du überfährst jemanden damit und der muss ins Krankenhaus oder ich werde noch etwas Schlimmeres passieren, dann ist es ganz gut, wenn man gleich bei der Unfallaufnahme weiß, was Sache ist. Und weil wir ja dann auch haften für jemanden wie dich, muss das halt geregelt sein. Und die haben sich darauf vorbereitet und weil es ist ja schon cool, wenn man mal eben die 1.000 E-Scooter versichern kann. Also es lohnt sich auf jeden Fall für die Versicherung. Ja, ich wollte gerade sagen, wir haben ja auch immer gesagt, wir hatten ja damals mal ein Versicherungsprodukt mit der VHV initiiert, 2016 glaube ich mich recht entsinne, und da haben wir ein Versicherungsprodukt geschrieben mit einem Massi-Covadeur und da waren ja dann auch für eine gewisse Zeit eben E-Scooter-Einräder bis 25 kmh versichert. Und das war auch ohne Problem und dann haben wir extra einen Tarif dafür geschaffen und sind dann aber eingeknickt, weil dann viele Versicherer sich negativ geäußert haben, dass man ja nicht ganz gesetzeskonform ist und dann ist dieses Produkt wieder in der Versenkung verschwunden. Aber die Frage ist schon, finde ich, braucht man überhaupt so eine extra Versicherung? Ich meine, wenn man sich aufs Fahrrad setzt, braucht man das auch nicht? Ja, gut, also ich finde es ja persönlich ja nicht schlecht. Also ich sage mal, ein Kennzeichen zu haben würde mich stören. Aber warum kann die Person nicht selber dafür haften? Ich bin ja auch nicht verpflichtet, haftlich Versicherer zu sein. Aber wenn ich jemanden schädige, dann muss ich ihm zahlen. Genau, dafür hat er ja eigentlich auch hier eine haftliche Versicherung. Ich weiß halt nicht, ob die Bürokratie dann so hoch ist, dass es am Ende tatsächlich dazu kommt, dass die Leute entweder, also dass sie wirklich mit Versicherung fahren oder eben dann sich gesetzeswidrig verhalten oder eben auch, dass den Markteintritt nochmal enorm beschwert. Aber da muss eben jeder, ich sage mal, der Gesetzgeber muss ja nicht über allen seine Obacht haben. Und dann ist ja dann derjenige, wir sind ja alle auch ein bisschen weit für uns eigen, selbst zuständig. Und dann muss derjenige dann ihm zahlen. Und wenn ich jemanden schädige und umfahre und der hat dann nachher... Und ich habe keine Haftpflichtversicherung, dann muss ich dann 50.000 Euro bezahlen. Das Gleiche gilt ja auch, finde ich, immer für die Frage des Alters, ja. Wenn man tatsächlich alles immer erst hat, richtig. Ich bin neulich auch mal auf so'n Ding mit verraten. Das war dann etwas schmerzhaft, als ich runtergeflogen bin. So ein Fertig-Scooter, oder? Nee, nee, das war so... Nicht von uns, Reinhardt. Ja, genau. Aber du musst doch aufpassen. Die Daniela ist nicht im Licht, nicht, dass die jetzt nicht gesehen werden kann. Und dann denke ich mir, wenn man halt jung ist und das lernt, ist es doch viel besser, als wenn man erst mal alt sein, also erst mal 16 oder so werden muss, bevor man auch die, ja, das alles mit dem Gleichgewicht und die ganzen Sachen richtig gut ausprobieren kann. Deswegen würde ich eher sagen, je jünger die Leute, die Kinder darin geführt werden, umso besser. Also ich finde diese 16 Jahre auch ziemlich wirklichkeitsfremd. Wir sind ja nur zu zweit, aber ihr seid Tausende da draus. Und wir haben ja schon bei der letzten Demo bewiesen, dass wir gut 200, 300 Leuten schon ordentlich Radau machen können letztlich. Und die nächste Demo ist schon geplant, also noch mal herzliche Grüße. Und genau das werden wir auch machen. Also verlinkt es, teilt es, schreibt Briefe, geht auf die Facebook-Seite von Herrn Scheuer. Ich gehe da persönlich nachher nochmal rauf, ja, mit ihm das Video zeigen. Instagram gibt es auch noch. Instagram gibt es auch noch, ja, die Jungs sind up-to-date. Und was auch, ich meine, das muss man ja auch mal sagen, wir machen permanent, auch in den sozialen Medien, informieren wir persönlich, die Daniela und ich, über unsere Themen. Also ihr könnt natürlich auch unsere Seite abonnieren, ja. Also wir sind bei Instagram, wir sind bei Facebook, bei Twitter, ja. YouTube auch, ja. Wo ich nicht mehr bin, weil ich es nicht komplett verstanden habe, ist Snapchat, ja. Da bin ich zu alt dafür, ich bin jetzt über 40, ja. Also muss dann auch nicht alles sein. Da ist dann vorbei. Ja, aber vorbei heißt für mich zum Beispiel E-Scooter nicht, ja. Also ich glaube schon, das ist eine super Sache, um halt zum Beispiel öffentlichen Nahverkehr, Bus und Bahn gut zu benutzen und dann, wenn man halt noch zwei Kilometer dann noch weiter muss, wo es halt keine Verbindung gibt, kann man das super nutzen. Es wird auch Leute geben, die vielleicht fünf oder sechs oder sieben Kilometer fahren. So für längere Strecken weiß ich jetzt nicht, ja. Aber dann, das ist halt, muss jeder selbst entscheiden. Aber warum wird das nicht angeboten? Es gibt bei bis zu 20 kmh dann oder vielleicht später, wenn man sieht, dass jetzt doch nicht so viele Unfälle sind, wird man das sicherlich dann auch irgendwann evaluieren und erhöhen, ja. Also ich denke mal, es wird die Unfallstatistik, also jemand, wie man es sieht, ne, bei den E-Rollern hat man keine Mittelstange. Man kann hier deutlich besser eben auch davon runterkommen, wenn jetzt irgendwas ist. Die kleinere Bereifung hat manchmal ein bisschen den Nachteil, muss man da eben wirklich gucken. Aber wir sehen es ja auch, was haben wir, haben wir schon viel verkauft, muss man immer so salopp sagen. Aber weil die Daniela eben über ältere Mitbürger gesprochen hat, muss man eins mal ein Kilo aus dem Glas stellen. Wir haben eine Sache, wo man auch mal drüber reden muss. Wir haben natürlich auch bei jedem Verkehr, auch bei Radfahrern, auch wirklich unnötige Unfälle. Und wir haben natürlich auch diese ganz schnellen Pedelecs. Und es gibt viele unnötige Todesfälle natürlich auch bei Menschen, die ein Alter erreicht haben, wo man sich vielleicht täglich prüfen sollte, ob man mit einem schnellen Pedelec fährt, dann mit dem unterwegs sind. Und die Dinger sind ja schon ziemlich schnell, wenn ihr schon mal damit gefahren seid, ja. Wenn man eventuell sogar auch dann sowas ohne Helm fährt, ja. Soll jeder selbst entscheiden, was er macht. Aber es gibt die Wahrscheinlichkeit, je höher das Alter und schnell das Pedelec, steigt halt dann auch die Unfall- oder auch weiter Gefahr dabei, im Schlimm zu verunglücken. Und deswegen, wir wollen bei den E-Scootern nicht über die Gefahren sprechen, sondern wir wollen es auch mal im Straßenverkehr testen. Und es wird sicherlich so sein, wenn es einen Fahrradweg gibt, dann muss man auf dem fahren, so wie auch ein Fahrradfahrer. Es ist natürlich klar, dass man auf einer Bundesstraße oder auf einer Autobahn damit nicht fahren darf, ja. Das will aber auch von euch oder auch von euch überhaupt niemand, ja. Und man wird auch nicht permanent damit 20 fahren, weil wenn da jetzt Menschen unterwegs sind oder andere Verkehrsteilnehmer, muss man seine Geschwindigkeit auch anpassen. Und deswegen, ich glaube trotzdem, man muss am Anfang es üben. Wenn man jetzt sich einen E-Scooter kauft, wird man sicherlich jetzt nicht sofort eine 20-Kilometer-Fahrt machen, sondern jeder normale Mensch wird dann das erstmal in Ruhe üben, wird sich vielleicht auch, wie ich, dann einen Helm noch zulegen dafür und dann seine Fahrten machen. Also Bedarf ist einer Revolutionskultur. Das ist übrigens mein Lieblingsspruch, den ich schon mal im Video gesagt habe. Ja, wir müssen also einfach ein bisschen Lärm machen und werden den Herrn Scheuer persönlich ein Lärm machen. Das Problem ist natürlich bei den Verordnungen auch immer, dass es auch nochmal durch die Länderkammer geht. Und auch die werden zustimmen müssen am Ende des Tages. Das heißt, auch da könnt ihr nochmal Druck machen, dass mal die Landesministerien mal ansprechen. Also die Einzelnen, wer zum Beispiel in Bayern wohnt, schreibt mal an den bayerischen Verkehrsminister oder der, der in Hessen wohnt, an den hessischen. Dass auch die sozusagen da nicht am Ende als Blockierer sind, sondern da mitgehen. Ja, dass wir eigentlich eine einheitliche Regelung haben und nicht eigentlich wieder von Bundesland zu Bundesland. Unterschiedlich in dem Fall. Also in diesem Fall muss es eine bundeseinheitliche Regelung geben. Aber man darf sich nichts vormachen. Ich komme aus Karlsruhe vom Rhein. Wir haben auch viele französische Mitbürger, die bei uns arbeiten, teilweise auch diese Mobilitätsherausforderungen haben. Und was zum Beispiel unbedingt geklärt werden muss, was ist eigentlich, wenn ich jetzt einen französischen E-Scooter habe, zum Beispiel, fahre da mit dem Auto oder mit der Bahn nach Karlsruhe, fahre aber nicht in die Innenstadt, weil ich vielleicht einen Park-and-Ride-Parkplatz nehme. Und da habe ich dann mit dem französischen E-Scooter, der hier nicht zugelassen ist, trotzdem fahren. Also das sind so Sachen, da muss halt die Bundesregierung, die haben ja so viele Fachleute oder Beamte, das hätten wir eigentlich schon längst alles klären müssen. Und wir sind noch nicht in der Regierung, aber falls wir irgendwann mal wären, dann müsste man natürlich auch sagen, hey Leute, ihr müsst gucken, dass sowas jetzt auch in die Pipeline kommt. Und dass eben typengenehme Wähler des Tages gemacht werden kann. Einzelle Lösung auf so einem Binnenmarkt, den wir da haben wollen. Okay, kann ich sagen. Super, dann haben wir eigentlich das Größte zusammengefasst. Hast du noch was? Nee, dann ist aber eigentlich soweit alles klar. Wir gucken auf Ostern, würde ich sagen, wie der Stand der Dinge ist. Und werden alle motivieren, jetzt nochmal an den Scheuer und an die Einzelnen das Thema am besten mal zu schreiben. Wir werden auf jeden Fall die Links, Webseiten und Co. werden wir auf jeden Fall nochmal passend verlinken von Brocke Christian Jung und von der Frau Daniela Kluckert. Und ihr seid dann so nett, teilt das da draußen ganz wichtig. Und ich möchte mich nochmal ganz herzlich bei Ihnen beiden bedanken, dass Sie da waren in dem Fall. Und wir sind gespannt. Genau, und wenn wir dann die Zulassung haben, dann werden wir auch, also ich zumindest, Daniela vielleicht auch, dann komme ich wieder und kaufe mir dann endlich mal einen E-Scooter. Ja, weil ich habe halt immer gesagt bisher, ich benutze sowas nicht, weil wenn ich jetzt da einen Unfall habe und voll haften muss und irgendwas Schlimmes passiert ist, das geht so nicht. Und deswegen rate ich auch niemandem im Straßenverkehr, ich sehe das ja auch in Berlin ab und zu, seid da vorsichtig, weil es gibt Szenarien, wo man sein ganzes Leben lang dann in Regress gezogen wird, wenn man illegal unterwegs war. Und das muss wirklich nicht sein. Ja, das wollen wir nicht. Das wollen wir nicht. Haben wir noch Videos von 2015? Oh mein Gott. Also klicken, liken, abonnieren. Tschüss. Vielen Dank, dass ihr da wart und vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Und wir werden den Scheuer auf jeden Fall kontaktieren. Richtig Bock drauf. Da fahren wir hin mit Ronak. Mit Zulassung. Mit Zulassung. Mit Zulassung. Mit Zulassung. Super, bis zum nächsten Mal. Alles klar. Ciao, ciao. Danke. Ciao, ciao.